Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu Among Us, ein potenziell neues Projekt, ein Spiel, was wir bisher erst einmal testweise gespielt haben und es ist so ein bisschen wie TTT, wir müssen uns gegenseitig, also es gibt einen bösen von uns fünften, der muss die anderen töten und die anderen vier müssen versuchen, ein abstürzendes Raumschiff quasi wieder fit zu machen. Der ist schon so rot, der ist der Teufel. Einer von uns wird gleich der Böse sein. Sobald es losgeht, muten wir uns und dann reden wir quasi nur noch für uns, aber sobald jemand eine Leiche findet oder aus noch anderen Gründen, kann man eine Abstimmung starten, wem man denn aus dem Schiff verbannen soll und dann dürfen wir wieder miteinander kommunizieren. Ansonsten nicht, aber das seht ihr dann gleich noch. Ich drücke mal auf Start. Start. Ich bin der Käpt'n. Ja, wir sehen uns. Start. Frei. Ich bin nicht mehr müde. Ihr Ficker. Okay, also man muss sich wie gesagt, oh Gott, ich bin auch direkt noch der Böse. Da wurde auch gerade schon angezeigt, ich bin Crewmate, das heißt, ich bin nicht der Böse und wenn wir jetzt hier auf die Map gucken, sehen wir, das Schiff besteht aus Cafeteria, Waffen, Sauerstoff, Navigation und so weiter und so fort. Und da, wo wir die Ausrufezeichen haben, da haben wir etwas zu tun. Also da gehen wir jetzt hin. Einer von den anderen Leuten, der ist der Böse und muss uns versuchen zu töten. Hier haben wir eine Aufgabe, da drücken wir dann mal auf Use. Hier muss ich jetzt irgendwas machen. Press to Start. Das ist einfach nur etwas. Das dauert eine Minute. You don't need to wait. Okay, alles klar, das haben wir erledigt. Perfekt. Wir müssen direkt mal dafür sorgen, dass wir hier Sachen reparieren. Und da, Shields. Geil. Da gucken wir mal direkt auf die Map, damit ich da nicht... Ach, guck mal hier, Cafeteria. Da können wir direkt hier mal... Äh, okay. Das ist so ein bisschen wie Alien Isolation hier. Der nur mit irgendwie... Dass hier nur andere Leute sind und keiner weiß, wer wer ist. Na, komm Jay! Jay, geh weg! Hilfe! Okay, Jay muss da ein Task machen. Wait. Okay, Jay macht da ein Task. Dann gehen wir mal zum Admin. Jay und Sepp waren direkt zusammen. Das sollte man sich behalten. Ich habe das gemacht hier in dem Raum. Oh, da ist Bram. Wann hat Bram hier gemacht? Ich glaube, Bram hat hier auch eine Aufgabe gemacht. Warum sollte er hier sonst sein? Das haben wir mal kurz erledigt. Und jetzt muss ich zu Lower Engine. Oh, Mann, ey. Okay, mit Jay rumlaufen war im Training keine gute Idee. Ich laufe mal mit Bram los. Doch, hier mit Jay. Guck mal hier. Piu, direkte Aufgabe. Guck mal, ist Jay da gerade... Ist Jay gerade in den... Jay, was tust du da? Okay, ich möchte ja, dass ich mitkomme. Was macht Jonathan da? Ja, komm, dann gehe ich doch mit Sebastian. Und gucken wir mal. Wen wir da noch so haben. So. Also, die anderen müssen jetzt Aufgaben machen. Ja. Und ich muss versuchen, Sachen zu machen. Komm mit. Wie morgens mit Kaffee, Ibuprofen und drei Zigaretten. Scheiße, da kommt Bram. Hau ab. Nein. Bram, hau ab. Wait. Haben wir nichts gemacht? Ist es Peter? Hä? Ich gehe nochmal bei Jay und Sepp gucken, ob da einer tot ist. Bram hat hier irgendwie... Der hätte die Chance gehabt, mich sowas von zu killen. Jay und Sepp waren doch hier übereinander. Keiner ist tot. So, ich kann ja auch sabotieren. So ein Scheiß. Ich glaube, er hat da eine Task gemacht. Okay, das wäre vielleicht... Das wäre vielleicht wirklich gut, wenn wir zusammenlaufen. Zusammenlaufen, Jonathan. Mensch, du bist ja aber auch... Krasser Typ. Das erste Mal, dass wir was Sinnvolles hier machen. Ich werde es gleich umso hart umbringen. Komm, Sepp, was ist deine Aufgabe? Was ist das? Ne. War Peter hier? Der kam hier raus, ne? Aber wir müssen hier drücken. Genau, wir müssen hier irgendwie drücken, wenn es da ist. Der hat mich eiskalt getötet. Der Arme! Motherfucker, habe ich das doch richtig gesehen? Und ich habe ihm so sehr vertraut. Und ich habe ihm so sehr vertraut. Dem netten, lieben Jonathan. Da muss man in den Vent. Ja, die sind wieder zusammen unterwegs. Das ist superschwierig. Da habe ich noch nicht so den Check erwischt. Do it. Do it. Do it. Da ist eine Leiche, aber... Äh... Habe ich Peter noch eingeschlossen? Scheiße. Natürlich nicht. Scheiße. Okay, Chris und Peter nicht. Damit habe ich alles. Ich mache einen Emergency Call. Und sag dir mal, ich... Da ist die Tür. Okay, wir haben die Animali. Okay, da ist Bram. Was macht der da? Okay, ich lasse ihn mal ran. Okay, der muss der Shit machen. Bram macht tatsächlich Aufträge. Bram ist ein Guter. Die Frage ist, ob Jay ein Guter ist. Oh, wir dürfen jetzt reden. Wir dürfen jetzt reden. Also ich habe... Okay, Sepp ist tot. Der ist gerade bei mir aus dem Vent gestiegen. Wer ich? Ich war bei dir gerade in dem Admin-Bereich. Und du bist gerade aus dem Vent gestiegen. Moment, Peter war gerade bei mir in der Medbay. Ich bin nicht aus dem Vent gestiegen. Peter ist gerade bei mir aus dem Vent gestiegen. In diesem, wo du auf der Karte gucken kannst. Ich habe gerade auf die Karte geguckt, aber ich bin nicht aus dem Vent gestiegen. Ich stehe vor dem Ding, wo man auf die Karte gucken kann, weil ich gerade den Zuschauerinnen und Zuschauer erklärt. Hey, guck mal, hier kann man auf die Karte gucken. Ich bin aber nicht aus dem Vent gestiegen. Okay, du bist gerade aus dem Vent gestiegen. Nein. Scheiße. Also ich kann sagen, Bram, ich musste dieses Ding machen, wo du es runterladen musst. Da kannst du dich nicht bewegen und gar nichts tun. In dem Moment stand Bram neben mir. Geht das auch ohne Imposter zu sein? Nee, das geht meiner Meinung nach. In meines Erwissens nicht. Aber ich habe Bram meiner Meinung nach dabei gesehen, wie er Aufträge erledigt hat. Aber Jay, du könntest recht haben, weil Peter hat glaube ich bei mir die Tür zugemacht. Nein, habe ich nicht. Wo stehst du gerade, Jay? Ich bin in diesem Kartenbereich da. Keine Ahnung, wie das heißt. Da, wo man halt gucken kann, wo wer auf der Map ist. Dass du rechts, also wenn ich aus der Cafeteria nach unten gehe, dann direkt rechts. Ja, Peter, dann hast du bei mir die Tür zugemacht. Nein, habe ich nicht. Habe ich nicht. Wieso ist das denn so lustig, wo Jay ist? Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Ja, weil, pass auf, direkt vor mir, ich bin in der Map Bay und direkt vor mir ist die Tür zu. Und wenn Peter, wenn Peter halt in der kurzen Zeit von hier aus bis zum Admin-Bereich gekommen ist, dann musste er durch den Vent gelaufen sein, weil die Tür ja zu war. Oder er hat die Tür hinter sich zugemacht. Das war eine sehr ausführliche Antwort von Bram, aber leider keine auf meine Frage. Ich habe gefragt, warum das so lustig war, weil Jay grinsen musste, als der gesagt hat, wo der gerade ist. Und deswegen werde ich keinem hier ein Vote geben. Hier Spacken. Bram, ich habe dich sogar im Map Bay-Bereich da easy die Aufgabe machen lassen und ich habe davor auch die Aufgabe da gerade gemacht. Wo habe ich denn gegrinst? Ja, du musst schon gewinnen. Aber wie ist denn die Tür dann bei mir vor der Tür zugegangen? Das weiß ich nicht. Ich weiß gar nicht, warum man die Tür überhaupt zu machen kann. Peter, du bist aus dem Vent gestiegen. Du bist es auf jeden Fall. Nein, will ich nicht. Okay, der eine sagt, der eine ist es, der andere sagt, der andere ist es. Wait. The voting ends in vier Sekunden. So, damit keiner geschmissen wird, habe ich jetzt Jay gevotet. Werden wir jetzt beide geschmissen. Das wäre lustig. Ich glaube, du brauchst tatsächlich drei Votes. Also du hättest auch gar nicht für Jay, oder? Oh, nee, da steht drei. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Deswegen. Oh, Leute, ich muss neu loslaufen. Wieder muten. Okay. Oh, Oxygen depleted. Oh, Jay will mich killen. Wo muss ich denn hin? Oh, Gott. Okay, Oxygen depleted. Okay. Ich hoffe, da kann jemand was machen. Leute, kriegt ihr das hin mit dem Oxygen? Alle sind tot. Was kommt man denn da los? Warum habt ihr denn nicht meine O2 hier bitte gerettet? Ich bin nicht schnell genug. Ich wusste, wie wo das ist. Ich bin da links gelaufen und dann war ich verwirrt. Oh, nein. Jonas hat gewonnen. Oh, man steht jetzt bei dir Success, Jonathan. Ja, ihr habt gewonnen. Natürlich. Krass. Scheiße macht, dass ich für Jay gevotet habe. Ja, Bram. Wie ärgerlich das ist. Ich dachte, ich habe das voll vercheckt, dass nach dem Votemann alle ja wieder in der Cafeteria sind. Ich dachte, alles klar, dann kill ich jetzt, Peter, halt die Sau weg. Aber das ging ja gar nicht. Ich habe nur noch einen Task gehabt vor. Ich hätte einfach nicht reporten sollen. Ich hätte einfach nur den Task noch fertig machen sollen und dann Sepp's Leiche reporten. Das Problem ist nur, ich glaube, wenn mich einer gesehen hätte neben Sepp's Leiche, ohne den zu reporten, wäre ich am Arsch gewesen. Sepp tat mir ein bisschen leid. Das war so böse. Ja, aber am Anfang waren die die ganze Zeit zusammen. Da dachte ich mir schon so, ich war sogar zwischendurch gucken, ob Jay und Sepp, ja, nee, hier sind keine Leichen. Also, die scheinen nicht mehr zu sein. Jay hat sich so gut verhalten. Die Info wäre aber wichtig gewesen, Christian, als Sepp dann irgendwann tot war, dass die die ganze Zeit zusammen waren. Ich weiß ja nicht, ob die die ganze Zeit zusammen waren. Ja, doch. Nee, waren wir ja nicht. Es war ja relativ schnell dann nicht mehr zusammen. War dann nur noch so ein Hähnchenbein von Sepp. Jay hat mich meine Aufgabe machen lassen. Ich dachte, Jay macht da eine Aufgabe. Ja, ich habe dann immer geguckt, wo ich sie denn so sabotieren kann und so, während ich dann meine Aufgaben gemacht habe. Okay. Ja, gut. Okay, play again, würde ich sagen. Ärgerlich. Ach, shit, ey. Ey, interessant, dass du, ich dachte tatsächlich, wenn Oxygen ausgeht, dass dann alle verlieren. Weil ich dachte, da müsste dann der Traitor mitmachen. Ja, das macht ja keinen Sinn, dass der Traitor dann sich, also, deaktiviert. Achso, hast du das selber ausgelöst. Ich dachte, das wäre ein Zick im Modus für Türen. Ja, ich habe das aufgelöst. Ich kann das auslösen. Okay, ich dachte, das wäre... Da muss man sich eigentlich aufteilen, damit man das wieder ankriegt. Ja. Ja, Jay und ich sind in die gleiche Richtung gelaufen und ich dachte, er macht das erste und ich mache das zweite. Ja, ich habe ja auch das erste Mal mich da rangestellt, einfach. Hab das blockiert. Also, keine Ahnung, was dann passiert, wenn ich das so blockieren kann. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, nächste Runde, ja. Ja, mach mal. Bitte nicht schon wieder Imposter, das ist mega anstrengend. Oh, shit. Das war jetzt ja schon wieder maximal belastend, einfach nur. Ich wusste, dass das fucking Jay es wieder da versucht hat, uns direkt so fertig zu machen. Okay, one imposter among us. Ich werde meine Bestimmung vollenden. Oh Mann, ich will auch nie Imposter sein. Oh Mann, ey. Das kann doch nicht wahr sein. Hier muss ich was machen. Was muss ich machen? Ah, ich habe die Schilder wieder hochgefahren. Als nächstes Storage. Hey, ich weiß nicht hundertprozentig, was ich immer machen kann. Ist halt so das Problem. Da ist Christian. Nein. Nein. Blauer, geh weg. Jetzt mach. Wieso steht sieb da einfach nur rum? Warte mal, Bram. Da kann man gar nichts machen eigentlich. Muss wieder schießen. Okay. Wo kam Christian? Yo, what the fuck? What the fuck? Das ging aber schnell. Warte mal, kam Christian da nicht gerade aus dem Vent raus? What? Ich habe gerade eine Aufgabe gemacht. Wo? Du stellst eine Frage. Okay. Wo? Deine Weapons habe ich gerade eine Aufgabe gemacht. Jetzt hast du unseren Emergency Missbrauch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du nicht da vorher standst. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das Ding noch nie benutzt. Ich bin ja immer Impostor. Ich auch nicht. Ich habe ein Weapons Ding gemacht, wo du... Also du bist Impostor, Jay. Das ist gut zu wissen. Ja. Genau. Ich bin das natürlich jetzt auch. Ich habe meine Aufgabe gemacht. Was für eine Aufgabe kann man denn in dem Weapon-Ding noch machen? Weil ich dachte, in dem Weapon-Ding kann man nur Meteoriten machen. Und auf einmal kommst du da oben aus der Ecke raus. Ich hatte da noch nie einen Aufschad. Da oben an dem Schalttafel habe ich einen Download gemacht. Kennt jemand die Aufgabe auch? Ey, Sepp, mal ohne Scheiß. Da aus dem Vent gekommen. Weil da ist direkt der Vent. Also du bist jetzt Impostor und versuchst hier irgendwie Leute loszuwerden oder was? Nee, nee, nee. Wie schlecht ist das denn? Ich saß in dem Meteoriten-Schieß-Ding. Du hast gar nichts gemacht, möchte ich mal kurz sagen. Ja, ich saß in dem Meteoriten-Schieß-Ding. Nee, nee, du hast einfach nur rumgestanden. Ja, neben dem Sitz. Du setzt dich ja nicht virtuell in diesem tollen Spiel da rein. Aha. Okay. Ja, also... Bin ich mir nicht mehr sicher. Das reicht mir jetzt. Jetzt müssen wir nicht mehr sicher. Ich hoffe, wir haben jeder einen Emergency und nicht nur einen. Das hoffe ich auch. Also ich skippe halt auch. Fuck, vielleicht habe ich jetzt hier ein bisschen was verkackt, aber das war mir so suspicious. Ich habe mich nicht mehr. Ja, Sepp, Sepp, Skipp. Nice. Okay. Christian hat schien da zumindest eine Aufgabe gemacht zu haben. Damit muss ich jetzt irgendwo oben hin mit meinem... Ich habe ja hier extra Shit besorgt. Mann, 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 ey. Jetzt machst du hier deine Aufgaben und dafür wirst du dann schon... Oh, jetzt muss ich wieder runterladen. Kommst du da aus dem Wind? Guck mal, wie Peter und Jay beide geguckt haben. Ja. Gut zu wissen, wenn Peter oder Jay kaputt sind. Oh, der kann da doch safe raus. Der stand doch davor ja nicht. Oder wird der irgendwie überdeckt von irgendwas? Fuck, ey. Nervt mich das jetzt schon. Ich muss besser auf die Ränder achten. Schade. Schade. Das wäre schön gewesen. Das wäre echt schön gewesen. Was ist das denn jetzt für eine Scheiße? Was habe ich jetzt gedrückt? Alter, was ist denn hier jetzt für den Stress schon wieder? Leute, bremsen. Auch hier? Reaktor Meltdown? What the fuck? Also Christian ist für mich hier... Dude Nummer one. Aber da kann man wirklich runterladen. Ja, stimmt. Da kann man... Reaktor Meltdown? Oh Gott. Komm, ich mache das hier neuem fertig. Ja, komm mal fertig. Wir müssen hier nach oben? Guck mal. Okay, wurde abgebrochen. Okay, nice. Oh Gott. Wait. Zip ist der Einzige, der nicht da ist. Okay. Das scheint ja geklappt zu haben. Meltdown haben wir gemacht und sie kamen dann auch alle angerannt. Aber ich weiß nicht mehr genau, wer angerannt kam. Der muss sich den Scheiß jetzt reinfüllen. Oh, ich setze alle hier im Hardcore-Unterdruck. Und jetzt zeige ich mich... Ah, ich muss noch eine Engine fuelen. Puh. Okay, Christian kam da angerannt. Bram ist da. Okay. Christian, Jay und ich warnt nicht. Also es ist wahrscheinlich doch Zip, wa? Wieso ist Zip der Einzige gewesen, der nicht zum Reaktor-Meltdown gelaufen ist? Ich muss zum Electrical-Jay. Lol, Bram auch? Okay. Jay, du sollst deine Aufgabe machen, mich die Leute angucken. Ja, scheiße. Ich kriege hier keinen gekillt gerade. Das ist richtig belastend. Da kommt Pisa. Ich glaube, das ist Zip. Okay, im Storage sind gerade zwei. Da sehe ich doch bestimmt einen Killer. Bram. Peter. Wir machen den Emergency Call. Oh Gott, da ist Zip. Okay, war das los? Okay, pass auf. Als gerade der Meltdown war, ja? Ja. Da waren Jay, Chris und ich auf jeden Fall am Start, den dahin zu rennen und den direkt wieder zu dingsen. Ja. Ja? Das heißt, von denen, die vorhin sich gestritten haben, Jay und Zip, ist Zip der der übrig bleibt. Ja, weil ich war... Also habt ihr gesehen, habt ihr gesehen, wer das eine Ding überhaupt gemacht hat, als er da ankam? Ja, warum? Und dann schon der Lied war? Ich hab das gemacht, ihr Motherfucker! Es gab zwei. Es gibt mehr Reichträder. Man kann das... Ich möchte einmal noch... Peter, da war ich zu spät da. Also unten in den Raum, Ja, genau. Ich war auch zu spät da. Ja, ihr kam zu dritt in meinen Raum reingerannt, als ich das gerade fertig gemacht habe und ich dachte mir, alles klar, jetzt bin ich für das Team ja safe. Nein, 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 nein. Ich bin dafür, dass das nicht zählen kann, darf, Peter, weil du da jetzt Imposto das machen kannst. Ich hätte auch gerade in der Runde den O2 ausmachen können. Oh! Also, das würde ich sagen, zählt nicht. Oh, das ist eine wichtige Info. Okay. Ja, vor allem, Peter, also wir sind trotzdem zu viert in einem Raum, um das zu lösen. Das habe ich mir auch gedacht. Aber ich war ganz rechts. Das Problem ist, genau, das Problem ist, du weißt halt nie, wo die... Also kannst du sagen, dass jemand nah dran war und es da hingelaufen ist? Aber Sepp war alleine, oder was? Ja, ich war alleine. Wo kann man das denn auslösen, wenn man Imposto ist? Ich habe das Meteoriten-Ding vorhin ganz rechts wieder gemacht. Als Sabotage, du kannst so eine Map öffnen und da kannst du sabotieren, quasi, drückst du dann da drauf. Da gibt es dann so diesen Nuklear-Button oder den O2-Button jemals. Ja. Cool. Ja, ja, dann hilft das nicht. Aber Moment, aber wieso warst du ganz rechts, Sepp, wenn die Sachen, die man innerhalb von kurzer Zeit erledigen muss, beide ganz links waren? Hä? Weil ich vorher ganz rechts eine Aufgabe gemacht habe, Peter. Deshalb war ich ganz rechts. Deswegen finde ich auch schwierig. Warst du gerade auf dem Weg nach links, oder was? Ja. Also ich hatte noch zwei Sekunden für den Download, die habe ich noch abgewartet und dann bin ich rüber gelaufen und dann wart ihr schon fertig. Ja. Ah, okay. Da bin ich nicht mal bis zum Storage gekommen. Ja, okay. Gut, dass wir darüber geredet haben. Ich meine, bisher ist auch noch keiner tot. Ich hatte den ähnlichen Gedanken, aber schwierig. Also skippen wir jetzt wieder mal. Ja, besser einmal ist sie viel zu blästig. Jay hat für sich gevotet. Wölf? Jay ist jetzt tot. Ich hoffe du. Leute, ich werde mich jetzt selber töten. Das wäre echt hart, ey. Das wäre echt nice. Wer zum Fick ist der Böse? Jay geht in eine andere Richtung schon wieder. Ich musste den Reactor fuelen und dann muss ich nur noch eine Card swipen. Okay. Ich vertraue Sebastian nicht. So, Matt Bay. Komm schon. Ich will fertig werden. Einmal. What? Press to start. Ja, ich muss jetzt was machen. Das bringt ja nichts. Ich muss noch einmal Daten uploaden. Das ziehen wir jetzt durch. Das sollen die anderen kurz machen. Bisschen. Ich muss mir auch merken, wo die Leute hinlaufen. Bram. Dirty the navigation. Ne. Dive navigation. Wo kommt der Peter hier auf einmal her? Und was möchte Peter mit mir machen? Warte, mach Peter da auf. Doch. Ah, da. Okay, Peter und Sepp haben das getan. So, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Fuck you! Oh, komm schon, Leute. Ich habe alle Tasks gemacht, die ich machen kann. Da ist Peter, da ist Jay. Nein, ich habe mich eingeschlossen. Nicht, du Liebert. Alter. Ist das schlecht? Okay, wir haben uns hier schon getroffen. Einfach, weil wir fertig sind. Dann ist gut, dass wir auf den Emergency gehen können. Direkt. Da ist Jay. Da ist Jay. Scheiße, ich habe gar nicht mitbekommen, wer mich gekillt hat. Wieso warten die jetzt hier einfach? Bram und Peter stehen da einfach nur rum. Ich habe keine Aufgaben mehr. Peter scheint auch fertig zu sein. Navigation ist hier vorne und da haben wir sofort gewonnen. Komm schon! Ihr seid auch schon alle fertig, oder? Kommt, Leute. Ihr seid auch schon... Was muss ich denn hier machen? Nice! Einfach zu langsam. Ich war zu langsam. Du hast mich echt verraten am Anfang. Ich bin immer der Imposter. Klar, Mann. Natürlich muss man... Alter, ich brauchte noch acht Sekunden, um zu warten, um die Samples wieder zu gucken. Da hätte ich alle Tasks fertig gehabt. Das tut mir sehr leid, aber irgendwann muss halt irgendeiner sterben. Muss nur einer alle Tasks fertig haben? Nee, Bram und ich hatten beide schon alle Tasks fertig. Vor allem, als ihr euch dann zu zweit da oben getroffen habt, wart ihr schon vorbei. So, da hätte ich ja auch gar keine Chance mehr gehabt, glaube ich. Ich wäre jetzt in den Tisch rumgelaufen. Ja, ich weiß. So, das war echt so... Das ist natürlich nice. Ich habe Peter verloren. Ich habe Peter einmal noch killen wollen, kurz gerade. Ja, ich habe dich da gesehen. Da kam er angerannt und ich so... Okay, schluss, weg, 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 weg. Ja, genau. Ach, so eine Kacke, ey. Ja, sorry, Christian, aber da habe ich mich einfach verguckt, ey. Ja, macht ja nichts. Ja, I tried's. Gut geregiert von allen. Ich finde das so schwierig. Keine Ahnung, vielleicht braucht man dafür zwei im Postor. Das ist dann einfacher. Dann bräuchte es aber mehr Leute, weil zwei zu drei geht natürlich nicht. Ja, ich finde, alleine ist das superschwer. Aber lustig auf jeden Fall. Also, das ist mal eine Folge Among Us gewesen, wenn ihr das auch lustig fand. Der zweite Teil wurde jetzt angekündigt, aber der dauert, glaube ich, noch ein bisschen was. Also, wenn ihr das auch lustig findet, sagt Bescheid. Wir machen gerne mehr davon. Bis zum nächsten Mal. Hau rein. Tschüss.